hallo hier ist der martin von meiner bank ist dass die dachsanalyse für nun freitag den 16 februar 2024 und der nächste reiht sich hier in die kette ein joshy hat sich die 17.100 geschnappt 17 85 zum oben reingelaufen wir hatten gestern darüber gesprochen dass ein verfallstag ansteht wir darüber gesprochen dass er bestimmt auch noch hoch geht man aber am 9 hoch genauer hingucken sollte dass er von hier oben wenn er eine rote stundenkerze zum beispiel wirft auch gut und gerne noch mal auf 960 zurück kann 960 hat er nicht ganz getroffen hat sich schon bei 17.000 also nicht mal 17.000 ist sogar noch ein stückchen vorher wieder aufgedreht und weitere hochs gemacht folgt damit erst mal weiterhin der bullischen tendenz die ohnehin im chart noch drin ist und hat sich hier eben jetzt eine ein gutes stückchen weiter raus gestreckt richtung 17 1 20 ebenso wie man es ist dann eigentlich gesagt haben dass es zu einem verfallstag oder kurz vor einem verfallstag halt auch wirklich gut passen könnte die ganzen leute sitzen da haben in der option darum geklickt haben gesehen naja nach stillhalter und so weiter müsste da irgendwo unter 17.000 schließen sind alle short und mark schießt wieder oben rein das passt natürlich mal wieder sehr gut ins schema dass unser dax ja stetig bedient nämlich die menge einfach zu prellen so jetzt stehen wir hier was macht man damit wir machen damit natürlich weiter oben fenster auf aber wir müssen hier ein bisschen doll aufpassen denn wir haben von der struktur her und da können wir sogar bis mitte dezember zurück gucken ein sehr korrekturiges markt verhalten ja das heißt neue hochkurse wurden oft immer wieder zurückgegeben es hat sich alles sehr 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 seitwärts entladen und wenn ich mir jetzt die bewegung von hier unten anschaue dann haben wir hier eine eine schöne prägnante aufwärtsbewegung eine abwärtsbewegung noch eine prägnante aufwärtsbewegung eine abwärtsbewegung noch eine aufwärtsbewegung und wer sich vielleicht mit allen wellentheorien oder so beschäftigt hat der weiß dass das jetzt quasi eine vollständische welle ist halt na also die muss deswegen nicht zu ende sein aber wenn er hier umtript umtript sagt schon wenn er hier in dem bereich umkippt jetzt wo die potenzielle wellenende liegt kann der durchaus dann bis hier in den bereich wieder zurücklaufen ja also noch mal gut und gerne 69 49 39 in den dreh könnte er zurück wenn er jetzt hier umdreht und wenn er dann hier unten steht wäre einfach nur weiter in diesem seitwärtsmuster ja also dann wäre gar nichts passiert man hätte oben mal ein paar neue rekordkurse gehabt würde einfach weiter zur seite handeln und deswegen sollte man da sehr 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 genau aufpassen ich würde deswegen nicht prinzipiell zum freitag short handeln ja aber es ist ein verfallstag da bin ich ein bisschen aufmerksamer sobald wirklich schwäche reinkommt zumal wir ja eben auch möglicherweise hier eine vollständige bewegung haben das ist aber für mich wirklich 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 nur relevant wenn uns der dax die schwäche zeigt auch umkippt prägnante rote stundenkerzen zeigt und dann anfängt nach unten zu drücken ja weil was ich auf keinen fall ich auf keinen fall machen würde wäre in die grünen kerzen jetzt hier irgendwie reinzuschorten weil ich sage naja da wird ja bestimmt wieder runter kommen ist ja die ganze zeit nur zur seite gelaufen würde ich nicht machen da wäre mir viel zu viel zu viel das würde ich machen nicht nicht in die bewegung rein nachher streckt die die fünfte welle wirklich noch bis 200 oder 250 stoße steht ihm ja ohne frage zu ohne und dann sitzt man da noch short drin statt einfach noch die paar punkte mit lang zu nehmen und deswegen würde ich schon sagen oberhalb hat er noch platz die 21 natürlich jetzt hier eine nächste zielstation das wird ein bisschen schwieriger in der eröffnung dann zu handeln und alles darüber das zeigt doch richtung 200 also den den wir haben ja noch eine 154 im kleineren bereich drin die ist noch mal wichtig dann 200 und dann 250 hier oben also ich würde eher aufwärts handeln insbesondere wenn er ruhig bleibt wenn er von den hochs nur flach zur seite kommt da würde ich wirklich eher immer wieder den long suchen immer wieder aus dem rücklauf heraus paar punkte nach oben probieren wenn er ruhig bleibt wenn er sich aufwärts bewegt und hier weiter nach oben tätig wird wirklich eher die punkte nach oben suchen ich wäre bloß vorsichtig wenn er um kippt wenn er jetzt wirklich eintritt und zum freitag schwäche präsentiert weil vermutlich viele dann erstmal so instinktiv long gehen wollen und es kann sich aber kann man sein dass das auch wirklich ein zwei tage dauert halt wirklich ein zwei tage dann erstmal wieder nach unten ablässt und hier so auch die mittig in diese range dann zurück rein stolpern und wäre eigentlich nur ganz normal also dann wäre in seinem pattern drin wer hier drin und so weiter und so fort worauf es nicht passen würde der tagesschart in tagesschart der sieht jetzt hier schon wirklich stelle nach trendfortsetzung aus und da muss man ja auch so sagen hier lassen sich auch weitaus höhere ziele schon ableiten wenn sie am tagesschart auch noch eine 4 10 mit drin stehen wenn unser dax das gelingt das oberer band hier nach oben zu öffnen sich wieder oben rauszudrehen entspricht überhaupt nichts mehr da oben noch ein bisschen mehr machen zu können für das erste wären das aber die nächsten zielstation und hier sehen wir auch flagge oder weiten die keile oder wie auch immer das bullige trendfortsetzung es musste wurde nach oben verlassen es wurde dann versucht wieder einzubrechen das hat man verteidigt dann gab es noch mal ein pullback auf das korrekturmuster der auch wieder nach oben gezogen wurde und jetzt kann er raus einziges was halt wirklich sein kann ist hoch abverkauft hoch abverkauft hoch abverkauft dass man das jetzt halt wieder weg drückt und deswegen wenn schwäche reinkommen wenn wirklich schwäche reinkommt könnte ich mir sogar vorstellen dass das dann relativ ergiebig auch bis bis weit in den in den armen dreien dass er dann unten gehalten wird ja aber es ist für mich wirklich wirklich nur relevant wenn ich da mindestens eine runde stundenkerze drin ist vorher würde ich auf der short seite ich weiß gar nicht ob ich mich überhaupt auf der short seite probieren wird ich würde mir die longs dann bloß klemmen in dem moment wo er schwäche zeigt ob ich würden gar nicht mehr unbedingt short handeln wollen aber ich würde mir die longs einfach runter zu klemmen also da jetzt irgendwie zu sagen wenn er jetzt von oben auf 17 30 oder sowas kommt dann gehe ich jetzt fällt long sowas dass das würde ich glaube ich zum freitag einfach klemmen dann würde er auch gucken wenn er stärker zeigt wird schon oben raus und wenn er unten und wirklich schlechte präsentiert und sie zurück einfach erst mal machen lassen aber rein aus der trend technischen betrachtung ist der aufwärts trend in der fortsetzung und das spricht überhaupt nichts dagegen hier weiter oben raus zu sprich nichts dagegen muss aber auch zeigen und wie gesagt die letzten tage wochen hat er eben genau das nie hinbekommen ganzen letzten zwei drei monate sind schon fast oder bitte februar mit der januar mit näher so im dreh zwei zwei monate haben wir das jetzt schon okay von daher ich denke so kann ich euch trotzdem alleine lassen unten vielleicht noch wichtig nee haben wir besprochen der kann hier bis 9 60 zurück bis 9 30 vielleicht nicht unbedingt gleich als erstes also nicht nicht als erste zielstation wird sich bestimmt irgendwo hier so ein bereich auf den alten hochzieher 7 17 30 17 35 sollte man ein bisschen mit dem blick behalten da kann er sich vielleicht am vormittag ein bisschen drauf aufmüpfen aber wäre jetzt noch kein beinbruch und grundsätzlich durchaus der bereich eine zieloption wenn wir schwächer sehen aber gut ich wiederhole mich jetzt eben bloß 10.000 mal ich mache daher das video zu wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns zum sonntag wieder für die analyse zum montag webinar wird dich am samstag machen für premium leute kriegt aber auch noch mal eine info dann morgen laufe des tages bis denn tschüss